Oh, ja genau! Was ist denn das jetzt hier? Oh Gott! Was musst du machen? Quicktime! Boah, ich hab sie, glaube ich, voll in die Muschi gerannt oder so. Boah, naja, jetzt muss ich fahr' da mal etwas wehen. Na, super! So viel zum Thema ruhige Passage. Wo bin ich jetzt? Bin ich nur so vor, dass du spielst lauter? Das kommt dir nur so vor. Okay. Deborah! Wo bist du? Sterbe ich, wenn ich da wäre? Naja, aber hier fallen massenhaft Leute von der Decke. Hallo, Ada. Boah, ja mal, noch ein rotes Kraut, sehr nice. Ja, Mann, ich hab jetzt 16 Peels. Komm her, Ada. Jetzt weiß ich, warum sie ihr Kleid nicht anhat. Hier. Ein Ring? Haha, der eine Ring. Auf zum Schicksalsberg. Ring der Macht. Okay. Dann ist der Ring der Macht also gefunden worden. Ein Hobbit. Haha, der von Ada. Sie hat Frodo getötet. Haha. Mit ihrer Armbrust. Alter, jetzt rechts aber mal. Schnauze, Junge. Jetzt verpiss dich. Geht doch. Na ja, so ähnlich. Alter, ich bin gesprungen, als hätte ich Blähungen persönlich. Haha. Ja, Leon sah gerade auch irgendwie ein bisschen so aus, aber... Ey, ich kann hier einen Hebel ziehen. Soll ich einen Hebel ziehen? Ja, warte mal noch kurz. Okay. Ah, okay. Zieh mal den Hebel. Okay, ich zieh dran. Wehe. Ahaaa. Ah, okay. Natürlich. Ich sink. Selbstverständlich. Was sonst? Oh-oh. Wow. Gut abgefahren. Passen Sie auf! Sie ist stark! Passen Sie selbst auf! Bäh, Alter! Was machten die für Moves? Na, super. Ich finde das nicht so Porno. Gar nicht. Alter. Ich war doch gerade noch da oben. Ja, du bist jetzt mal so schnell mit einem Hijack-Jump da runtergeflogen. Ah, jetzt bin ich immer hier. Ist ja eklig. Ja, sieh zu, dass du sie schnell los wirst. Erlösen ist gut. Ich glaube, die erlösen uns gleich. Das kann doch nicht wahr sein. Boah. Alter. Ja, komm. Ja, so habe ich das nicht gemeint. Alter, was packten die für Moves aus? Oh, hier ist ein TNT-Fass. Das ist deine Herrsüße. Oh Gott. Verdammt. Ja, süß gekauft. Na, warte, ich heil dich gleich. Da, im Smint. Ja, super. Boah. Okay. Alter, jetzt liege ich. Ich komme. Ah, Ada ist schon da. Ah. Ja, steh auf, du Schwulette. So. Ich habe mal was gefressen. Alter, ernsthaft. Halt's Maul. Ja, genau. Werf dich auf. Was habe ich dir getan? Ah. Oh Gott, oh Gott. Ausgestellte kann ich nicht machen. Oh. Was? Oh. Helene. Oh. Das war alles Hardcore. Das war alles Hardcore. Das klingt so schnell. Hast du dich schnell genug gewaggelt? Ich habe nicht gewaggelt. Boah, wie ich schnell shaken muss hier. Ich habe nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist alles wenigstens voll Leben. Passen Sie auf. Sie ist stark. Besiegen Sie die mutierte Deborah. Passen Sie selbst auf. Alter, sie ist jetzt voll den Bolzen gerade im Kopf stecken gehabt. Ja, geh doch weg von hier. Jetzt muss ich gleich wieder quick tapen. Ich kann auch mal auf Ada gehen. Äh, nee. Ich glaube, da hat sie nicht so Bock drauf. Ja, ich habe auch keinen Bock auf sie. Wenn Sie einen Funken mitgefühlt haben. Haha. Herr Himmel. Ah, schieß drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Jawoll. Schön. Boah. Alter. Letzende. Also ich frage mich immer, ob es eine Monster kommt, ey. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist denen in der Mittagspause eingefallen beim Capcom. Ich glaube, die springt mich gleich wieder an. Ja, nee. Im Moment ist sie, glaube ich, auf mich scharf. Oh, cool. Weg hier. Als wäre mal irgendwie sowas hier nicht schlecht. Was ist denn denn jetzt? Ja, da. Alter, Falter. Jetzt reicht es mal hier. Alles zu Katt. Und eine Ketzerin. Okay, ist Hardcore drauf, ey. Ah. So nah würde ich jetzt auch nicht kommen. Oh, da gibt es was. Oh, dann sprengen sie. Warte mal still jetzt. Aber echt? Oh, scheiße. Incoming. Willst du gerade keinem machen? Nee. Ich muss... Ah, doch jetzt. Alter, das schaffe ich ja nie. Nein. Jetzt weißt du, was ich meine. Alter. Alter Vater, ey. Das nenne ich mal ein Endboss. Das nenne ich mal wirklich. Ey, das ist erst der Anfang, ey. Das ist unser erster Endboss und wir verkacken schon auf ganzer Linie. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, was es noch für Viecher kommen, ey. Mal, Herr, hör mir auf. Fassen Sie auf! So, Leute, war schön mit euch. Das war das Let's Play. Bis zum nächsten Projekt. Das ist... Diesen Punkt geht es nicht mehr weiter. Alter. Ja, komm, das schaffen wir jetzt. Ja, nee. Ja, machen wir. Ah, so. Oh, aber ich find's gut, dass ein Boss mal endlich wieder eine Herausforderung ist. Und sich die Bosse immer so eine... Weiter, Helena. Jetzt sind die Bosse eigentlich immer voll die Luschen und Kacken und Shit ab, aber... Ich find's geil, dass jetzt mal hier eine Herausforderung ist. Andere würden jetzt wahrscheinlich wieder heulen. Ah, das ist auch so süß. Eben. Nee, die ist vor Pusen. Das ist aus. Alter, Eder ist gar nicht mal so schlecht. Die erledigt diese ganzen Aua. Ah. Leon, super schnell weg, Kennedy. Ah. Alter, ernsthaft. Ah, lass mich los. Äh, ah. Beziehungsweise lass mich los. Ich traf das einfach nicht. Ja, so ähnlich. Äh, äh, äh. Ach, da, so. Nimmt er dir. Alter, Falter. Uah. Ohoho. Verpiss dich mal, du hässlich. Da hängt nur noch eins aus dem Link an mir. Da hängt nur noch eins aus dem Glühding an mir. Ah, ich seh's ja, aber... Ich treff das nicht. Jetzt ist sie oben. Ja, komm, komm, Süße. Zeig dein Glühding. Glüh für uns. Ah, so war das nicht gemeint. Oh, was? Wir sind EP. Uah, okay. Ich nehm's zurück. Ah, EP gesnackt. Ja. Ja. Boah, Alter. Ernsthaft? Aber wirklich interessieren tut sie ja auch nicht. Wurde nicht gut sein. Ne, das juckt sie irgendwie gerade nicht. Sie glüht nicht mehr. Jetzt passiert was. Ja. Wir sind mal wieder ne Etage tiefer. So ist die neue Form des Aufzugs, ne? Ja, wir fallen ja so direkt runter. Warten ja sogar hin. Ne, direkter Weg zur Hölle. Gott, das kann ja auch. Darf ich hier mit Schaf schützen? Und belästigt werden. Wie wär's mit Hilfe? Was war denn das jetzt für ein dämlicher Spruch, Ada? Ja, das ist ja was für ein Bruderbuch. Ja, ja. Wow. Alter. Aber es spielt sich deutlich... Ah! Heißer als ein Vorgänger. Ne, ich wollte eigentlich gerade sagen, das spielt sich deutlich dynamischer noch als Resi 5, muss ich sagen. Was ich persönlich sehr geil finde. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ach so, ich muss jetzt die Treppe nehmen und ihr dürft da bequem mit dem Aufzug runtertuckern, oder wie ist das? Alter. Ich hasse euch Frauen. Ja. Was sagst du laut? Ihr seid das nackte Grauen. Oh Mann, das Leon. Du darfst nicht ins Wanken geraten. Lauf! Ja, wie tief geht's denn hier nach runter? Keine Ahnung, aber egal was mir gerade entgegenkommt, es wird von der herabfallenden Decke zerlegt. Ich bin gespannt, ob wir die dann in der Ada-Kampagne auch einsetzen können. Das hoff' ich. So schlimm. Alter, die ist ja high-tech. Wie sie sich zusammenfährt und so. So. Ich glaube, ich bin unten angekommen. Also denkst du, sie benutzen eine Armbrust aus dem 11. Jahrhundert, oder was? Ja. Ah, ich bin noch nicht ganz unten. Ich hab ja noch einen Spielkameraden. Okay. Ich glaube, es hat sich ausgespielt. Meinst du? Ja, er wollte nicht mehr wirklich. Ah, ich bin klar. Der war. Ja. Ah, ich kann hier in den Hebel ziehen. Ah, warte mal. Er hat eine Laterne in der Hand. Na! Heiße Scheiße. Na, ihm rollt einfach mal der Kopf runter. Aha. Alter, ich werde hier schon wieder mit Munition zugeschissen. Hey, das ist gerade der blanke Wahnsinn. Was ich gerade ein bisschen schade finde, ist, dass man mit dem Inventar gar nicht mehr aushalten muss. Es gibt jetzt für Waffen, für Items, für alles, gibt es ein eigenes Inventar. Ah, ich muss waggeln. Waggeln, waggeln. Ah, ich sehe schon, wo ich... So, Ladies. Alter, ey, da hat er mal eine geile Lederhose an. Gleich aufgefallen. Tja, sie haben mir irgendwas für ihr Kleid geben müssen. So, Leute, los geht's. Oh, Mann. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Resi 4. Hoffen wir. Das passt halt schon. Gebt mir kein Verfehl. Nein. Ah, okay, mit Leer. Oh, scheiße. Naja, jetzt bleibe ich wenigstens liegen. Ey, ich habe doch gezeugt. Ach, nö. Ach, nee. Hör auf, Deborah. Das bist nicht du. Da hast du voll und ganz recht, Helena. Alter, wie sollen wir die denn so besiegen? Mir wird schlecht. Ich glaube, unsere Kampfumgebung passt sich gerade unserer Bedingung an. Muss ich immer noch ausrechnen? Deborah! Boah, okay. Die haben wir einfach überfahren. Ah, okay. Die hängt da vorne noch. Kommen Sie etwa ein, Leute. Sie sind in die Umring. Glauben Sie, ich weiß das nicht. Wow. Du mit deinem komischen Leuchtvieh kommst du mir da gerade nicht zu nah an. Scheiße, ich liege auch am Boden. Ada. Ramm mir was in die Brust. Los, Ada, ramm mir auch was in die Brust. Ah! Ah! Gibt es mir. Jawohl. Umsonst gefressen. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020